Die Wanderstandarte der Stadt Münster ging beim diesjährigen K&K Cup an den Reitverein Gustav Rau aus Westbevern. Nach der Einzeldressur und der Mannschaftskür verteidigte der Rekordsieger den herausgerittenen Vorsprung. Insgesamt erreichten Tanja Alfers, Nicole Dikow, Linda Nienawa, Christian Schulze-Topof, Laura Siewneck und Nina Stegmann die Wertnoten 96,47. Bürgermeisterin Karin Reismann übergab die Standarte gemeinsam mit Turnierleiter Bernd Schulze-Brüning. Die westfälischen Nachrichten überreichten in Person von Marketingleiter Mark Zahlmann einen Sonderehrenpreis für die Siegerinnen der Einzelwertung an Reiterin Johanna Klippert. Den Preis für die beliebteste Mannschaft verliehen ebenfalls die westfälischen Nachrichten und die WN-Leser haben diese gewählt. 2012 hat der Reitverein Münster-Sprakel gewonnen.